Wir sind hier in der Stiftfabrik, wo die Montage der Stifte mit Einfertigung erfolgt. In jeder Station ist für das Zusammensetzen eines Teils zuständig. Die Anordnung der Montagestation ist genau in der Reihenfolge angeordnet, in der der Zusammenbau des Stiftes stattfindet. Stück für Stück wird der Stift hier zusammengesetzt. An der letzten Station erfolgt die Endmontage des Stiftes. Jetzt ist der Stift bereit für seinen Einsatz. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020